heute sage ich dankeschön nicht nur zu den zuschauern nicht nur zu den kunden die heute schon da waren morgen grüße an alle zuschauer an alle kunden die täglich hier erscheinen danke 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 heute ist der 19.06.1959 und meine einer wurde geboren 1959 so ein restauslauf von 1956 also 15 jahre nach d-day und habe wie gesagt mit diesem ganzen schwachsinn nichts zu tun stelle nur fest dass es eine bürgerliche rebellenallianz nicht gibt eine bürgerliche rebellenallianz die ein bürger schützt von dieser merkwürdigen macht die wir momentan haben ich lese ja von morgens bis abends facebook und auch andere sachen die zu facebook gehören und bin dann heute morgen direkt 0 1 in der ersten minute danke frank wendler sogar die tabol aber der hat sie sich glaube ich vertan es ist irgendwie so entstanden also dita bohl hatte mir zum geburtstag gratuliert frank wendler hatte mich zum geburtstag gratuliert eine minute nach null so und dann ging die gratulation natürlich weiter und diesbezüglich bedanke ich mich total recht herzlich bei allen zuschauern und natürlich hier bei allen meinen kunden in der heutigen zeit mit 59 aus dem jahr 59 kann man nur sagen auch die musik von 1959 hat man noch im ohr etwa eine andere zeit made in germany wurde noch hoch geschrieben ja wirtschaftliche wunderjahre und man hat eine menge gehabt bis zum jahre 2000 ging wirklich los ab 00 konnte man sagen zieh mal dran das alte jahrtausend geht 2001 war noch richtig genial 1.1.2002 ab da kam der knaller eu und hat uns nicht gerade froh gemacht warum ich heute diesen videoclip mache nicht nur weil wir diese star wars show einmal im monat machen und ich mich freue wenn da gäste zuschauer bedingt auch kunden mitmachen wollen ich hatte da eine anfrage da muss ich immer gucken was ich da mache grüße hi copy ja ich möchte mich wirklich bedanken nicht nur beim wendler und dieter bohlen also bei dieter bohlen das ist irgendwie was keine ahnung ist egal wendler ist auch musiker schätzungsweise war da irgendwas weil wendler ja auch schauspieler und musiker ist der frank wendler und der auch ziemlich oft hier ist wir haben auch eine kleine show gemacht der wendler und der heinz und so weiter wie gesagt nina ramershofen ndr und hat dort auch eine sendung im norddeutschen rundfunk und fernsehen mit pferden sie hat begrüßt nina ramershofen sehr lange schon dann natürlich den thomas dommerdich thomas dommerdich hier in oberhausen und ihr kennt den imperator den imperator thomas der gelder für einen guten zweck besorgt im namen von star wars ja dann haben wir silvia harling silvia harling hat auch gratuliert dann farmer boy das sind so amerikanische freunde aus dem star wars bereich jeremy rivers auch ein amerikaner der gratuliert hat gerald skippy schönleber hat auch gratuliert danny joe robinson hat auch andre bittner klaus alte tegeier und takashiyatabe jawohl die haben natürlich auch andere wie der marco quarta und diverse andere die sehr früh schon heute und natürliche buchhaltung und die kunden und so weiter und so fort ein gewisses alter das jetzt vorliegt macht man nicht mehr so ein bahai deswegen freut es mich dass ich 59 vollenden durfte nun gehe ich halt in die 60 dann schauen wir mal ob wir die vollenden und wie es dann aussieht so wenn ich 60 schaffe ist star wars immer noch nicht da sondern müssen wir noch paar monate warten so da jetzt star wars da war habe ich mir gedacht als star wars fan bzw als star wars involvierter seit 1979 der halt für star wars da hier in deutsch arbeiten durfte zeige ich noch mal hier das wurde damals alles aufgebaut und das war 1999 1979 da habe ich jetzt leider keine villa weil habe mir auch damals nichts bei gedacht ich musste da als stars radar umlaufen da konnte ich auch nicht fotografieren kann aber laut sagen dass auch da eine wunderschöne etage eine elektronische etage 1979 aufgebaut wurde mit ganz vielen extras weil 1979 auch die pixel väter groß geworden sind und meiner einer hatte wohl das große glück im garten highway kiosk mit zur hilfenahme von maschinen seine eigene firma zu gründen zu arbeiten und heute auch so heute schreiten wir das jahr 19.06.2018 alte erinnerung wie man früher so gearbeitet hat wie man den alten amiga da noch zu hilfe genommen hat wie man mit uralter technik gearbeitet hat wo man so richtig involviert war in der damaligen zeit heute ist das ja alles hier gang und gäbe man hat damals mit vrs gearbeitet schnitttechnik und alles und hat daraus seinen beruf gemacht ja so sah es aus das ist jetzt lange her wie gesagt wenn man zehn jahre alt war und sagt hör mal ich möchte ein daten highway mit zu hilfenahmen von maschinen so eine art kiosk sie kommen rein ich bediene die dann die können mitnehmen da habe ich natürlich daran gedacht dass noch analog digital und nicht nur digital 2018 will man ja nur noch digital ich sehe gerade christian lindner der ist 38 wenn ich das alles so sehe es ist ein witz fdp-chef lindner über den waffenstillstand im asylstreit ihr wisst also der herr lindner und der csu mann die prügeln sich da und versuchen da bis oktober stimmung zu machen ende juni stimmung zu machen gegen frau merkel wir haben sollten auf dem rasen obwohl 74 beziehungsweise 54 74 90 die deutschen wm leute auch nicht gesungen haben geht einfach mal bei google gucken wenn die nationalhimmel gespielt wurde hat keiner gesungen sie haben stumm da gestanden und haben die musik über sich ergehen lassen aber mit gesungen patriotisch ans herz gekloppt hat keiner das ist alles legende das ist was für leute ab 89 geboren ab 89 geboren haben keinen plan von brd ddr ab 56 aufwärts 1948 fing alles an stunde null ja es war ein geteiltes deutschland ein geteiltes wirtschaftswunder ein geteiltes made in germany aber es hat funktioniert bis 1989 hat es funktioniert das ganze ja nach 1989 nun haben wir ein bisschen schräge stimmung hier deswegen mache ich das video auch heute nicht nur dass ich mich bedanke ja bin froh 59 geworden zu sein ich bedanke mich wirklich dass ich 59 jahre wunderschöne jahre hatte ich bemerke jetzt dass die weitere 59 jahre die ich nicht erleben werde aber nicht so schön auch nicht sein werden nein wird nicht ich werde ich habe hier die modernste technik aus der uralten technik von c64 etc 1979 wie gesagt angefangen heute die allermeiste industrie industrie 4.0 ich könnte hier mit dem joystick arbeiten ich könnte hier live sendungen machen also hier geht einfach alles und deswegen freut es mich wenn ich gewisse künstler hier habe mit denen darüber spreche wie es früher war sind auch aus dem gleichen baujahr wendler ist am 25.05 1959 erwacht ich leider am 19.06 1959 also einen monat später ja und dieser bohlen keine ahnung wundert mich immer noch bei instagram der ist jetzt ganz neu schätzungsweise hat er da alle gegrüßt keine ahnung und ich war halt mit dabei so dieser bohlen ist jetzt wie gesagt auch bei instagram wundert sich dass er 80.000 folos hat meine eine hatte auch genügend folos bis das handy da entwendet wurde ich komme da irgendwie nicht mehr rein wegen meiner rufnummer ich habe eine neue rufnummer komme also nicht rein habe jetzt natürlich ein neues instagram erstellt da sind also auch schon einige sachen die alte instagram geschichte wird noch beobachtet weil ich leute habe die mir gezeigt haben wie man da reinkommt also ich beobachte mich sozusagen selber kann mich aber da nicht einbinden ich bin halt in diesem neuen instagram so ich habe gerade noch mit älteren damen gesprochen sei sie nicht so traurig nehmen sie sich eine tasse kaffee nehmen sie sich einen kuchen eröffnen die elektronik dann haben sie sehr viel spaß mit ihrem enkel wenn sie ihren enkel besuchen in der heutigen zeit dann haben sie natürlich keinen spaß mehr weil ihr enkel vor dem kasten sitzt und daddelt man nennt das daddeln vor seinem display egal in welche form es gibt sogar schon welche die sind zwei drei jahre als sogar ein jahr alt und spielen schon mit dieser elektronik ja es gab eine zeit da wurden die kinder vom fernseher gesetzt aber das gab es bei uns nicht wir hatten ja nur drei fernsehprogramme dann auch noch schwarz weiß so wie gesagt 1906 59 auf dem planeten erschienen und dann ging das so los ab 66 enterprise und der ganze gedöhne was uns da so gezeigt wurde der väter der klamotten jeden freitag und dann ab in die badewanne es war schon irgendwie eine andere zeit eine lustige zeit man war irgendwie menschlicher irgendeiner schelte braucht eine tasse mehl oder ein ei oder zucker ja war so man hatte sich irgendwie vor die haustür dann irgendwie ausgetauscht im flur ja man hat sich unterhalten im flur man war auch eingeladen auch im keller hatten wir einen disco keller ja disco disco musik geht mal bei youtube rein haut mal 1959 rein und hört euch mal die musik an ja ich habe hier noch ein bisschen was laufen lassen natürlich mit sehr leiser musik aber die musik war irgendwie schön also wie gesagt disco disco keller hatten wir die disco hatten wir dann hat man natürlich melzandok jeden mittwoch im radio wir hatten die disco spot an nicht aus ja mit und so weiter also melzandok war im radio wie gesagt und diverse andere und das fernsehen hat uns gebildet das fernsehen hat uns gebildet ja ich gehe jetzt 59 jahre zurück und bedanke mich dass da wirklich bildung war es war bildung es war unterhaltung es hat spaß gemacht man war irgendwie nicht alleine wir jungs waren ja wir jungs waren bengel wir haben ziemlich viel blödsinn machen wir mussten kurze hose tragen aus leder wir hatten auch diese knickerbocker und all so ein quatsch ähm wir hatten auch sonntagsklamotten ja ja wie gesagt all so ein quatsch ähm und heute kann ich nur sagen so schlimm war das gar nicht ja auch star wars wie gesagt wie angefangen ja 77 78 79 wie alles so ein bisschen gepusht wurde wie gesagt durch die pixeltäter die dürft ihr natürlich auch nicht vergessen jede zeitepoche hatte ja irgendwas gut als filmemacher seit 1966 ist klar welche filme da gedreht wurden auf super 8 ja auch gerade hier so ein auftrag von n8 davor aber in den 60ern war erst n8 danach kam super 8 und wie gesagt selber gedreht ähm auch im internat mittelberg war eu immer gedreht und den eltern zugeschickt was man da so erlebt hat also das gibt es heute alles nicht mehr ja ich freue mich wirklich 59 jahre spaß gehabt zu haben in den 59 jahren war verdammt viel achterwaren mit sehr viel looping keiner reicht einem dann die kotztüte sondern man reiert dann ins leben äh ja und dann hat man richtig spaß besonders wenn man sich dann scheiden lässt dann kommt der wahres spaß und einige können hier mitreden meiner einer macht diesen videoclip als dankeschön an 59 jahre ein dankeschön ab 1979 an meine kunden ähm die halt durch zufall diese videos sehen die durch zufall mich erkennen ähm oder hier halt täglich verweilen und mich dadurch kennen und dadurch kann ich einmal im jahr und das mache ich jetzt nur einmal danke sagen weil ja man rundet jetzt man hat die 59 erreicht 60 ist klar das ist eine runde zahl dann und ich arbeite jetzt dran diese 60 zu erreichen fröhlich zu erreichen spaßig zu erreichen und natürlich auch wieder sozusagen mit 60 ins kino zu gehen und episode 9 mir anzuschauen ich habe gerade nachgelesen episode 9 soll das ganze alte zusammenpacken und neu machen grüß euch hallo was darf sein total wichtig wirklich absolut wichtig ich bin ganz normal nicht wertvoll nicht der macht zugänglich oder politik oder wirtschaft bin was ich bin ich sag nun dankeschön wenn man seit 1979 eine firma führt dann kann man auch mal im jahre 2018 danke sagen und sich auf das jahr 2019 freuen ob es klappt 60 zu werden und mit 60 in star wars zu gehen ihr wisst worauf ich hinaus möchte ich meine 41 jahre star wars und einige waren 60 schon Frau Carrie Fisher leider verstorben und die anderen auch leider verstorben die waren aber schon 70 80 und George Lucas ist auch schon 75 und Harrison Ford ist auch so alt und Mark Hamill ist 66 also man ist schon in diesem drin die Jugendlichen der damaligen Zeit haben sich was ausgedacht und George Lucas hat sich was ausgedacht mit seinen legendären 14 Seiten und ist dann tingeln gegangen hat auch gedreht hat 758 Millionen ausgegeben und wollte das Geld zurück und hat er ja auf irgendeine Art wieder geschafft neue firmen gegründet hat er so viel Geld investiert und hatte dann Glück aber irgendwann hat er sich gedacht das ist mir alles zu wenig und er nahm an dass sein 7 bis 9 was er davor hatte in die Hose hätte gehen können so spricht er im Moment im Jahr 2018 also ich verfolge das ganze jahr ich habe auch gerade wieder Timo Timo Geisman Timo Geisman hat Happy Birthday gerade fand ich nett finde ich immer noch nett kriegt da auch Antwort ihr seht hier ist alles live viele amerikanische Star Wars Fans mit denen ich korrespondiere und mich unterhalte haben wie gesagt gratuliert ist klar durch Facebook ist es man ist ja bekannt ich bin ja lang genug bekannt unter AWMovie Film und Fotoproduktion und Filmpool und Cosplay und so weiter und so fort ja wie gesagt bedanke mich also auch bei ihm und wie gesagt bei allen anderen wird ja immer mehr ist klar der Tag ist noch jung wir haben erst High Noon und auch der Film war super damals High Noon die Western und so also bedanke mich wirklich 59 Jahre erlebt zu haben ich hoffe die nächsten 59 Jahre ihr wisst schon was ich damit meine werden genauso schön ja ich freue mich natürlich ich weiß ja nicht ob 2019 Facebook noch gibt oder irgendwas neues weil keiner weiß bin auch nicht so lange hier will mich einfach nur bedanken total sehr herzlich bei allen die gratuliert haben und alle die noch gratulieren werden die ersten ist klar hatte ich ja auch erzählt und war halt verwundert dass Dieter Wohl dabei war Hallöchen so ein privater Ehrentag geht auch mal zu Ende auch heute geht er zu Ende ich hoffe halt noch mal 950 Jahre zu schaffen was ein Scherz ist ist klar das heißt also ich möchte lang genug Star Wars im Kino erleben auf den Datenträgern möglichen zukünftigen Datenträgern auch erleben im Moment bin ich und bleibe ich ein 3D Fan ich mag 3D und ich sehe gern 3D und ich hoffe weiterhin dass Star Wars in 3D erscheinen wird ich habe auch lange dafür gebraucht um 3D zu Hause so zu haben dass es auch Spaß macht zu Hause in 3D zu sehen so da waren sie nur der 19.6.1959 meiner einer kam zur Welt und schreitet jetzt im Jahre 2018 mit 59 daher und hofft 60 zu werden ich freue mich natürlich auch auf die Juli Sendung mit Marco mit R2D zu beziehungsweise 3D3PO es haben sich einige angekündigt die vielleicht mitmachen möchten oder wollen schauen wir mal ob da welche vorbeikommen werden und dann in der nächsten Sendung auch irgendwas über Star Wars erzählen werden wie gesagt Star Wars kommt jetzt auch durch die USA bedingt Staffel 4 Staffel 4 von Rebels war ja auf Disney XD ist ja jetzt bei Disney Channel auf Disney Channel sind dann die Rebels Teil 4 wir leben in einer kommunikativen Zeit wir machen Selfies etc pp also dann darf man sich auch mal bedanken online als euer ABMovie Captain Rex bei Star Wars mit seiner Star Wars Show locker vom Hocker bedanke ich mich total für die vielen Gratulationsgrüße die heute natürlich elektronisch gelaufen sind im Original weiß keiner darüber die Kunden wissen nicht darüber und die haben auch nie gefragt deswegen wussten die das nicht online bin ich nochmal bekannt seit 1995 on-air beruflich und jetzt erst recht und wie gesagt die ersten waren halt Wendler keine Ahnung wo der Dieter Wohlen plötzlich herkam aber das war natürlich zufalls schätzungsweise egal so ich bedanke mich auch bei euch bei euch allen in der Gruppe Star Wars Community Wohnzimmer Star Wars Community überhaupt und Star Wars 100% begeistert A bis Z so wir haben vieles gemacht wie gesagt ist gleich auch schon wieder Feierabend während ihr das gesehen habe ich mir sicherlich was Gutes ausgedacht damit ihr wieder Spaß hattet euch dieses anzuschauen ist ein reines Dankeschön diesmal wirklich Dankeschön wie gesagt wir kommen alle aus den Jahren 48 Wende 56 aufwärts ich habe hier halt mal eben kurz die Musik von 1959 laufen lassen die ich halt sehr gut kenne noch von damals damals war das halt ein bisschen alles anders 66 aufwärts kamen die Beatles das hat man nur so am Rande mitbekommen Rockpalast in der Guga hat man dann auch so am Rande mitbekommen Mel Zandok am Rande mitbekommen jeden Mittwoch und dann aufgenommen und so weiter Mel hat auch sich unheimlich zurückgezogen und über die Musik auch wirklich wunderbar aufzeichnen konnte früher gab es dann die nächsten Sendungen die haben immer reingequatscht da konnte man halt keine aufnehmen ja in meiner Zeit war das halt nicht so eng wie heute in meiner Zeit konnte man wie gesagt Musik aufzeichnen konnte man Bilder machen und konnte 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 heute gab es keine frauten Lady das waren echte echte wasche echte Politiker die wirklich versucht haben hier war es zu ich war auch involviert in dieser Wahnsinnszeit ihr wisst schon beinahe wäre der dritte ausgebrochen 1966 Hetzke Rumstier die Stille weiß ich heute noch wie ich zur Schule gegangen bin das war richtig still und weiß heute warum so jetzt bin ich weg Hallöchen was darf es sein lecker Eis oder so oder so oder so oder so oder so Sweet Raipio Isauda gratuliert den alten Mann hier den alten 59 59 ist doch kein Alter oder ey absolut nie 59 da war der Jahrgang alle ne Frank Wendler am 25.05 ähm die andere weiß ich schon gar nicht mehr der ein der war am 18.06 war auch ein Schauspieler egal aber wie gesagt wir sind die Star Wars Fans wir bleiben die Star Wars Fans so oder so ähm im Moment ist ruhig kein Hass kein gar nichts ja wundern sich ein Mensch ja ist die Luft raus das ist erstmal wieder gehende Leere das geht dann wieder los wenn der Film auf dem Datenträger zu kaufen ist das haben die sicherlich getan im Moment äh ist ja da so ein Haltedatum da der 31.12.2018 glaub nicht dass der auf Silvester rauskommt der Ansono wär mir auch egal dann guck ich den als Knallbonbon sag mal was ne auf Silvester gucken er guck ja sowieso sag mal Prost ja Prost auf den zum Wohl ne ich bedanke mich noch einmal total recht herzen nicht nur real da gewesen da waren einige real da die aber nicht vor der Kamera waren ähm viele waren halt elektronisch und elektronisch macht Spaß und deswegen mach ich diesen Clip hier elektronisch äh und so weiter und da läuft halt 1959 die Musik so war das früher ähm ich hab mir heute morgen noch eins und zwei angehört ähm hab ich auch sofort wiedererkannt ich hab sie damals gehört war ja auch damals in war Platz 1 bis was weiß ich nicht mehr und mal schauen was da noch bei ist und äh ja das war eben so Geburtstag feiern hier so im Studio mit Kunden mit Freunden elektronisch und real macht das ja auch Spaß ne so Star Wars brauche ich reden ja wir arbeiten zwar dran an der nächsten Folge äh Juli äh 2018 mal schauen was wir machen können habt ihr überhaupt noch Interesse auf Star Wars kommt schreibt unten drunter habt ihr überhaupt noch Interesse auf Star Wars hast du noch Interesse auf Star Wars? sagt man ob es stimmt weiß es nicht warum auch nicht dann ist er auch weg dann hat man den auch mal kurz abgelichtet hat den dann auch auf die Reise gebracht etwa einmal Star Wars 1 bis 6 es war einmal Skywalker Family Anakin der seine Familie der seinen Zorn freien Lauf gegeben hat und natürlich Han Solo die auch eine Familie merkwürdigerweise hieß sie immer noch Prinzessin und Urbana anstatt Solo ne und dabei haben die ja geheiratet haben ja nun mal Kinder gekriegt ok im Fernsehen waren es mehr oder sagen wir mal im Universe waren es mehr Skywalker war auch verheiratet im Universe aber wie gesagt Hollywood ist nochmal so, Hollywood sagt neÖöööö ich nicht und deswegen muss voll davon leben also ich las da neunzehn Projekte in Planung sind, ob da jetzt den Tatsachen entspricht weiß ich natürlich nicht ja laut Aussage war das immer so, also neun sollten kommen Nein, bis 2030 soll ein Film bekommen, da soll Obi-Wan Kenobi, ne Quatsch, Boba Fett soll dabei sein, dann Obi-Wan Kenobi, Boba Fett soll da irgendwie was, eine Munkel da vielleicht Yoda, weil es gibt 15 Gründe bei Yoda, die er da irgendwas gemacht hat, also er hat da irgendwas gemacht, aber ne, ich weiß nicht, okay ihr wollt Boba Fett haben, sollt ihr kriegen, da gehe ich da nicht rein, weil Boba Fett war sofort weg, ich kann mit Boba Fett nichts anfangen, ich freue mich ja, dass jetzt Walt Disney leider, auf eine Art freue ich mich, dass Rebels kommt auf Disney Channel jeden Samstag jetzt, 20 Uhr 15, ab den 28. Samstag, können wir den dann sehen, ob das Juni oder Juli möglich ist, Juli, Juli, 28. Juli, jeden Samstag kommt vierte Staffel Rebels um 20 Uhr 15, deswegen kriege ich den auch nicht auf dem Datenträger, ist klar, muss man warten, schade eigentlich. Üb dich in Geduld. Ey, 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 Geduld, das ist so ne Sache. Geduld ist eine Tugend, das heißt. Ja, ihr habt keinen Bock auf Tugend, nicht in dem Alter mehr, ne. Nein, nein. Jetzt habe ich 59 vollendet, 41 Jahre davon Star Wars, davon 30 Jahre involviert, gearbeitet, gemacht und getan. So, jetzt habe ich schon noch zu voll. Jetzt haben wir hier BB-8. Weil heute Geburtstag ist, dass wir einen Keks nehmen. BB-8 mit Keks. Ihr dürft natürlich auch einen Keks haben. Könnt ihr mal hier einen elektronischen Keks mit BB-8? Ich werde mir auch einen Keks nehmen. Ich hole mir gleich ein Yes-Törtchen mit einer Kerze. Setze mich dann vor den Spiegel und feiere Geburtstag. Jetzt wisst ihr den. Die sind alle nicht mehr da. Mein R2D-Zo muss auch gleich schnell nach Hause düsen, weil wenn es regnet, dann geht der Schalter nicht. Ja, R2D-Zo hat da ihm den Schalter geklaut. Den muss er gleich wieder einsetzen. Dann sieht er nichts. Ja, ist halt so. R2D-Zo ist auf dem Krieg zu hart manchmal. Ich weiß gar nicht, ob der wiederkommt. 3-Dri-Pio kann sein, dass es den auch nicht mehr gibt irgendwie. Wie du schon sagst, neue Filme sollen kommen. Ja. Serie soll kommen. Steht doch im Internet. Alter, Internet, 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 ist doch nicht. Mann, Internet, dann ist ein Spaßbarometer, dann ist Unterhaltung für Arme. Echt? Nicht böse sein, die ich jetzt selber drinnen. Aber ja, nein, aber ich meine, das ist, darf man nicht so eng sehen. Also ich müsste dich jetzt irgendwo hinfahren, da höflich anklopfen und fragen, du, wie viel zahlst du? Dann möchte ich die Information bekommen. Weil sonst kriegst du ja nichts. Ohne Bezahlen kriegst du keine Informationen in der heutigen Zeit. So, wie gesagt, Star Wars Show, müsste man gucken, was die erzählen. Müsste man dann übersetzen, könnte ich bei mich heute ran mal eben kurz hinsetzen und gucken, das übersetzen, was die da erzählen. Die Sprachen, wie gesagt, von der neuen Serie, für die ist der alte Rebels erledigt. Wie gesagt, wir haben ja in Amerika auch die Rebels zum Schluss geguckt, wir wissen Bescheid. Rest musste man denken, weil das ja eh alles in Englisch war. In jedem Fall ist da, der Ding ist mit Thorn irgendwo abgehauen, der andere ist leider, hat sich aufgelöst. Wie gesagt, Kira, ne, Kira nicht, Ahsoka, genau. Ahsoka kam zurück, durch eine Zeitschleife, dafür hat der Ding ist gesorgt, Escher. Ja, dann kamen irgendwelche, sehr große Wölfe kamen dann, der Wolfsrudel und so, war sehr viel mystisch und so. Jetzt hört auf mit Spoiler, wenn du nicht gesehen hast, sind wir schuldig. Nein, nein, geht dir nicht. Ja, echt, nach neun Monaten schreiben die Spoiler und darunter steht nur Schwachsinn. Also nach neun Monaten, echt. Ey, Vorsicht, Spoiler. Also wenn du in neun Monaten nicht drin warst, vor neun Monaten dich nicht dafür interessierte, dann brauchst du dich jetzt auch nicht dafür interessieren, das soll ich jetzt. Ne, also Spoiler geht mir um Kekse, den esse ich gleich. Ehrlich, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Egal, wie gesagt, ja, wie gesagt, heute, da halte ich das nochmal in die Luft da. Ja, wie gesagt, so haben wir 1999 alles gemacht, ne, 1999. So sahen die Computeranlagen aus, so war die Überspielung, die machen wir heute noch, aber nur digital, nicht mehr so. Den uralten Amiga, den man da hatte, wie gesagt, hier die alte Kamera, ne, die war auch nicht schlecht. Da haben wir mitgearbeitet, dann die ganzen Monitore und Recorder und Aufzeichnungen und Umspielungen vorwärts, rückwärts. Und heute macht man alles digital, so war das. So ist es. Jo, ist vorbei, 59 Jahre meines Lebens mal eben druntergerastelt. Die nächsten 59 Jahre werden turbulent, langweilig, digital. Ja, ist das wahr, ein Knick ist alles weg? Das ist analog, siehst du, das ist analog, das hast du noch in der Hand, ne, ist das noch alles, lebt noch alles. Aber eben oben im Lager, aber egal. So, und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, alles weg, hab ich gerade gemerkt, das ging gar nichts, alles weg. Ich hab da drei, vier Chips, ne, irgendwas stimmt mit der Kamera nicht, die hat sich gerade aufgemacht. Ist klar, die arbeitet ja jeden Tag, die Ratter, irgendwie, ist halt so. Ich musste vorhin die Kunden zigmal abdichten, sag ich, tut mir leid, muss nochmal, muss nochmal, muss nochmal. So wieder, so wieder, ja, ja, also hier die Chip-Technologie da, rückwärts, weil der Chip kaputt, keine Ahnung, oder die Kamera. Wo sich dann halt die Kamera ausdrückt. Kann passieren. Dann fängt er mir nicht gut, die Kamera war nicht billig. Ja, auf die Liga oder so, ja. Ich brauch dich, brauch dich, ich brauch dich. Ich bin auch Geld verdienen, ne, ist klar, wenn du, stell dir mal vor, du gehst da auf einen zu, und dann geht dann nichts schwer dich. Eine doofe Sache, wie willst du dann kämpfen, ne, zum Beispiel. Ja, muss dann sagen, spritt jetzt alle. Frage, ne, 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 ja genau, spritt jetzt alle. Frage, wie wurden die Dinger eigentlich gefüllt, also, die haben dauernd Energie, unendlich, oder wie? Wern die nicht mal aufgeladen? Ich nehm mal an, durch Wechsel der Tiger-Click-Kristalle. Ne, ne, du hast nur einen. Ich weiß es nicht. Da fängt mir gerade nur so an, die haben eben, das Ding geht immer. Ja. Ich hab noch nie gesehen, dass die wie bei einer Waffe da Kugel reintun. Ne, hab ich ja gesehen. Ich weiß es nicht. Ja, also, ich hab noch kein Magazin gesehen, wo irgendwas eingefüllt wurde, dass das Ding funktioniert. Ne. Also, okay, da muss ich mal Batterien rein. Ne, also, bei diesen Schwertern muss ich mal Batterien rein tun, damit die funktionieren. Wisst ihr, die haben wir ja. Aber die seht ihr dann in der nächsten Sendung. So, das war die Geburtstagssendung, ganz kurz von mir. Wie gesagt, wir leben elektronisch, wir machen Selfies. Und deswegen hab ich das auch gemacht. Für die ganzen Folos, für die ganzen Fans und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich Fans hab, aber egal. Weil, das ist mein Beruf. Das ist mein Beruf, das sind ganz normale Kunden, die hier erscheinen, die ihre Sachen gemacht haben möchten. Ich mach denen die Sachen. Und dann war es das. Ja, genau. So ist das. Ja, okay, neun Sachen. Ja, genau, davon drei von Johnson. Ob da die Leute reingehen, ich weiß, den Johnson haben sie gefressen. Der Brian. Hallo. Hallo, sei mir nicht böse. Ich habe mich am Wochenende hingesetzt, weil jemand kam vorbei, sag ich, okay, komm, setzen wir uns hin, gucken uns 8 an. Und ich hab nur gehört, was ist das, was, da ging das schon, der Mann war auch 48 Jahre, ne, Entschuldigung, 49. Und der sagte auch, was ist denn aus Thanos geworden? Oh, gut, dass ich nie im Kino war. Und wenn ich mir das so kritisch angucke, E8, E7 war ja noch Schmerzgrenze, aber E8 war ja richtig BOOM. Ich verstehe die 40.000, ich verstehe auch den Typen, der da ausgerastet ist, wirklich, der da geschrien hat. Das ist nicht mein Luke Skywalker. Und nein, nein, also, wenn man das kritisch beäugt, also, wenn man wirklich sich an, also, wenn man sich anfixen lässt der Negativität, dann merkt man, wie schreuten schlecht das ist. Also, ich mein, ich hab, als ich im Kino gesessen habe, hab ich auch immer gesagt, ich seh den Hobbit da, ja, ja, es war, so ein Hobbit da rumlaufen, ne, echt, also, er war merkwürdig, also, er war immer so heulerisch, immer am weinen, und so, ist egal, liegt im Regal, soll er auch bleiben, ich freu mich, ja, ist so, ich freu mich auf 9, ich will hoffen, dass 9 genial wird, also, ne. Ja, ich hoffe auch, dann soll er ein Abschluss von allen. Ja, dann verabschieden die sich alle, dann verabschiede ich mich jetzt auch, ich feiere hier 59 Jahre meines Lebens hier mit 49, 49, 69, äh, 59, aus 59, davon 41 Jahre, yippie ae, Star Wars, davon 30 Jahre dabei gewesen, yippie ae, Star Wars, we love Star Wars, ja, wir haben nur keine Star Wars Tassen, aber dafür haben wir einen im Schrank, alles klar. Aber dafür haben wir einen leckeren Kaffee drin, ne. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war echter Kaffee ohne Schuss, und macht dennoch Schluss. Macht's gut. Schönen Abend noch, bis nächstes Mal. Ja, bleib fit.